Hi Leute und willkommen zu Bleak, hey Forsaken. Normalerweise fange ich ja immer im Game mit der Cutscene im Video an, aber ich dachte mir, dieses Mal muss ich ein bisschen was dazu sagen. Und zwar ist das Spiel von, ich glaube, vier Leuten entwickelt worden, also sehr, sehr kleines Team. Es ist ein sehr gut aussehendes Souls-like. Und ich habe jetzt gerade mal reingespielt. Es ist ein Souls-like, das auf Maus- und Tastatursteuerung ausgelegt ist. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen? Das Spiel spielt sich wahrscheinlich okay, wenn man weiß, welche Tasten man drückt. Das Problem ist, dass die Controls aber auch so gesetzt sind, dass die auf dem Controller keinen Sinn mehr ergeben. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe Dash und... Naja, ich werde es euch einfach ingame zeigen. Ich werde es euch einfach ingame zeigen. Die Sache ist, dieses Spiel ist auf komplett Englisch. Ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, das zu übersetzen. Das heißt, wenn irgendwie eine Cutscene ist, so wie jetzt am Anfang, dann lasse ich die durchlaufen und übersetze danach grob zusammengefasst, worum es eigentlich geht. Wenn ihr selber Englisch könnt, gut für euch. Wenn ihr es nicht könnt, werdet ihr wohl auf mich vertrauen müssen. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal 30 Minuten an. Und dann entscheide ich, ob ich das weiterspiele oder nicht. Das habe ich so zwar noch nie gemacht. Aber ja, könnt ihr mal eure Kommentare hinterlassen, ob euch das gefällt oder nicht. So, ich habe ja schon mal angefangen, ganz kurz. Wir gehen auf den untersten Slot. Rezipurei. Bla 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 bla. Alle möglichen Einstellungen. Und... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein Typ Und Es sieht schon Also extrem neblig jetzt erstmal grundsätzlich aus Ich weiß gar nicht, woran das liegt Grafik ist eigentlich auf hoch, aber na gut Aber es sieht schon einfach nice aus Das mit diesen alten Aquadukten Und dann hier dieser Sci-Fi-Tech Aber gleichzeitig ist es sehr Sehr runtergekommenes Gotisches Haus Keine Ahnung So, was ich vorher nicht gemacht habe, als ich mal Probe gespielt habe, ist hier lang zu gehen Weil das ist nämlich der falsche Weg Mal gucken, wenn ich mal gucken, wenn ich jetzt einfach ermordet werde Da unten sind irgendwelche Pipelines Okay, ich kann hier Ich kann hier runter, okay Kann ich auf die Pipeline? Meint ihr, ich kann auf die Pipeline? Oh Gott Ich kann auf die Pipeline Okay, das ist ja interessant Dann sind wir direkt irgendwo, wo ich Nicht erwartet habe, hingehen zu können Das ist ein bisschen schwierig zu laufen Okay, also jetzt schon mal das erste Problem Springen ist auf Alt Deutschland ist auf Space Ich kann das alles umstellen, theoretisch Aber ich denke, ich will Deutschland trotzdem auf Space haben Weil ich will ja eine große Taste haben Oder eine leicht erreichbare Taste zum Ausweichen So, jetzt ist hier natürlich gar nichts Aber man kann hier hin Das ist doch schon mal was Kann ich jetzt aber wieder zurück? Ist die Frage Das wäre Oh Gott, oh bitte nicht Oh Gott, wo bin ich? Oh Gott, oh Gott Eins Gut, wo komme ich jetzt raus? What the fuck ist das? Iiii 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 Ach, damit kann man fast traveln Monastery lower Ne, ich bleib mal hier Da hinten ist ein Item Meine Kopfe rutschen die ganze Zeit Ach Also da hinten ist ein Item Da gehen wir mal hin Das müsste auch der Weg zurück sein Ich bin mit meiner Orientierung nicht ganz Täuscht Ich dachte, man kann sich festhalten Ich habe irgendwie Schon erwartet, dass er sich festhält Äh Jetzt komme ich halt Jetzt komme ich halt nicht mehr hoch The fuck Warum ist denn da eine Plattform, wenn man da nicht mehr hochkommt? Hm Double tap dash to roll Useful for covering large Also wir können zweimal Neither dodge types Moment, kann ich das nochmal sehen? Es gibt keine I-Frames Habe ich das gerade richtig gelesen? Das heißt, wenn ich ausweiche, muss ich tatsächlich physisch mit meinem Körper Aus dem Angriff ausweichen Das ist ja ein littes Spiel Nein Oh Cool Läuft auf jeden Fall genau, wie ich gedacht habe Äh, nehme ich gar nicht Hilfe Okay, vielleicht Vielleicht gehen wir eine andere Route Vielleicht gehen wir woanders lang Vielleicht gehen wir da hinten zu dem anderen leuchtenden Item Oder ich nehme hier die Treppe Das ist vielleicht einfacher Space Space Nice Was haben wir hier? Ginkgo Leaves und Lesser Restoration Fluid Habe ich auch Keine Ahnung, was das alles macht Tab Äh, ne Caps Lock ist das Inventory Wir haben ein Rohr Das Blunt Damage macht Ich glaube, das war's Switch Ich glaube, das war's Ich glaube, das war's Wir haben außerdem Inventory Äh Hier Lesser Restoration Fluid Also eine Heilflüssigkeit Äh, Flüssigkeit Heil 25 HP 225 HP Ich bin noch nicht ganz wach Oh mein Gott Ist das wirklich? Hey, jetzt sind wir tatsächlich das erste Mal gestorben, ne? Vorher bin ich immer nur einfach runtergefallen Da habe ich keinen Schaden bekommen Ist aber das gleiche Also bin ich trotzdem jedes Mal gestorben Okay Bitte zählt nicht mit, wie oft ich sterbe Das wäre wieder zu peinlich Machen wir nicht, ja? So, da unten leuchtet's Ich dachte, da wäre eine Plattform Okay, ich darf einfach nicht springen Ich darf einfach nicht springen Immer wenn ich springe, sterbe ich Also springen wir jetzt nicht mehr So, das habe ich jetzt daraus gelernt Das ist der Der Konsens, den ich ziehe Das heißt, wir laufen jetzt einfach nur noch straight up geradeaus Und schnappen uns das hier, was da liegt Inventory Update Wunden Shield Und Shield klingt doch ganz gut Jetzt ziehen wir doch mal an Äh, sobald ich rausfinde, wie das geht Sobald ich Ah Would you like to equip? Yes In der Offhand, danke Blockt 28% vom Schaden Das ist jetzt nicht so viel Und wie Benutze ich das? Äh How do I Oh, das war der Heal Das war auch der Heal Ja, geil Okay, da sind sie wieder Habe ich wieder bekommen Ich glaube du Ich glaube gelesen zu haben Du hast keine Bonfire Also es sieht schon echt cool aus Das muss man einfach mal sagen Das führt alles irgendwie da rein Hm Äh, du hast keinen Bonfire An den du dich An den du dich ransetzen musst Um deine Heil-Items wieder aufzufüllen Sondern du Füllst es außerhalb des Kampfes automatisch wieder auf Solange du noch genug hast Das heißt, wenn du keine mehr hast Dann sieht es schlecht aus Kann ich jetzt hier runter? Kann ich hier auch schnell runter? Oder sterbe ich jetzt? Ah, es geht schneller Okay Kann ich hier auch runterrutschen? Aber ich Nein Was, wenn ich springe? Auch nicht Okay Dann gehen wir mal ganz langsam nach unten Wir haben ja sonst nichts zu tun Ein bisschen bei Snake Eater sind wir hier Ich muss dann auch wieder hoch Also da bin ich auch noch nicht lange gegangen Ich bin das letzte Mal einfach Geradeaus zugegangen Wo es dann zum Kampf-Tutorial geht Ich hoffe mal Ich finde jetzt hier irgendwas richtig geiles Und nicht einfach nur eine Sackgasse Oh Hier ist auch Combat-Tutorial Okay, also sehr basic eigentlich Du hast Light-Attacks Du hast Heavy-Attacks Light-Attack, linke Maustaste Heavy-Attack ist Steuerung, linke Maustaste Du kannst blocken Und parieren Und Counter-Attacken Du kannst Was kann man denn noch? Du kannst dich heilen Hast so ein Schnell-Auswahl-System Und du musst auf dein Timing achten Damit du Schneller angreifst Und da ist ein Gegner Au Das hat ja schon mal nicht gut geklappt Gut Ich wollte ihn eigentlich parieren Aber wir haben ihn zumindest bekommen Crimson-Ekinesir Was auch immer das ist Wir haben glaube ich Kleidung bekommen Jawohl, das hatte ich vorhin In meinem Testlauf auch Und jetzt sind wir genauso weit Wie ich vorhin Crimson-Ekinesir Eine merkwürdige Pflanze Die zum Island verwendet wird Wird im Herstellungsbereich benutzt Habe ich den Schild gar nicht quippt? Secondary Offhand Warum geht das nicht? Equip Primary Ah Weil es Nur auf den Primary Slot geht Okay Jetzt sind wir auf jeden Fall Ziemlich dick gepolstert Hallo Der Dickmann Komm schlag mich Du bist Okay Den haben wir gefällt Wir haben eine Sludge bekommen Sind Sludges nicht Schnecken? Ihhh Was ist das? Woodchopper Ist das eine Axt? Sieht aus wie eine Axt Ich hätte gerne eine Axt Sieht zweihändig Sharp One-Handed Swift Geil Equip Primary Main Hand Okay Ja geil Jetzt haben wir eine Axt Hallo Böse Monster und Bestien Oh Mein Gott Der hat Bock Oh Mein Gott Der steckt der vorweiter Oh mein Gott Das ist kein Damage Oh Daneben geschlagen Was für ein Narr Oh Gott Ich bin da nah Auf die Rübe Ich möchte mal kurz ein wenig Distanz zwischen uns bringen Mein Freund Wenn ich mich heilen kann So jetzt bin ich wieder bereit Jetzt bin ich wieder bereit Ich lag mich Aua Ich habe mich schlagen lassen Ich habe mich nochmal schlagen lassen Kill den Immer feste Nimm mir auf Heil dich Blocken Das hat mich bestimmt ermordet Wir haben gewonnen Ich lebe Und er lebt nicht mehr Ein Rathagan Saber Und irgendwelche Klamotten Und Sludges Ich habe schon wieder nicht nachgeguckt Was Sludges sind Ähm 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 Steht das Menü nicht Da steht Select E Ich drücke E Da bin ich im Inventory Dann ist da nichts Dann drücke ich nochmal E Und fliege ich raus Das ist ein bisschen Ein bisschen weird Vor allem dafür Dass es ja angeblich Für die Maus Und Tastatursteuer Gemacht ist Dafür geht aber Erstaunlich wenig So wie es soll Hä Wo sind denn jetzt Meine ganzen Sachen Ich habe doch gerade Sachen gefunden Wieso sind die denn da Ich schneide das nicht Sharp One-Handed Swift Ich meine klar Es ist wesentlich starker Als das wir haben Also bin ich eh mehr Der Schwertmensch Was haben wir hier Alle Items Okay Das Ginkoblatt Wird auch im Crafting verwendet Und Sludge Ähm Eine gewöhnliche Aber dennoch trotzdem Nützliche Ressource Die Aus den Poren Der Omnistruktur Ausdringt Hat sogar einige Nahrhafte Eigenschaften Für diejenigen Die es wagen sie zu essen Man kann sie nicht essen Schade Organisches Material Ist das ein Apfel Gewesen Jemals Irgendwann Hm Der Säbel sieht cool aus Dachte nur eigentlich Wir hätten Klamotte bekommen Aber na gut Offensichtlich haben wir das nicht Sonst wäre die ja jetzt Im Inventar gewesen Ist hier noch irgendwas Was mich umbringen will Oder war es das jetzt Erstmal kann ich doch hoch Hm Ham 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 Das ist natürlich Doof Kann ich den aktivieren? Ich meine der muss den nicht aktivieren Der ist hier Ah ok Also tatsächlich wie ein Dark Souls Einfach draufstellen und warten Wo komme ich jetzt raus? Also das ist ein komplett anderer Weg Als den ich Vorhin mal für mich gegangen bin Da steht wieder ein Dude Man kann auch irgendwie schleichen Ich weiß nicht What the fuck? Will ich hier sein? Ok Der geht auf jeden Fall schaden Nicht so wie der andere Typ Das hat er gerobbt Was zum Heilen Und so ne Schnecke Der Zweiexte Der ist also doppelt so krass wie dir Ok Auf den Kopf geschlagen Mit dem Schwert Wie gesagt Ich mag das Design sehr gerne Von der Welt Es ist dunkel Düster Dystopisch Es ist alles was ich mag Und dadurch dass es halt so Runtergekommene Ho-Häuser sind Ist es auch very intriguing Außerdem fliegen da Irgendwelche Kreaturen durch die Luft Das ist so cool Ich mag das voll Mein Problem ist Dass die Steuerung halt Für den Arsch ist Straight up Für den Arsch Ok Es sind zwei Dudes Das ist schon mal nicht gut Ok Es sind auch noch zwei Dudes Die ordentlich tanken Und ich weiß nicht Wie man Target wechselt Oh Gott Ja Es gibt keine I-Frames Oh Gott No I 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 Oh Gott Ich krieg den Blatt den Oh mein Gott Wir haben es tatsächlich geschafft Damit habe ich nicht gerechnet Metal Scraps Slutches Irgendwelchen Scheiß Woo Jesus Jesus Fing Christ Holy Jeez Da unten könnte man auch noch lang Und da unten ist ein Baum oder sowas Und irgendwas läuft da Na gehen wir nicht lang Ha Wir hatten das ein Item Und das sieht auch nicht aus wie eine Booby Trap oder so Kann ich auf jeden Fall lang gehen ohne dass ich sterbe Bestimmt nichts Schreckliches passieren Nichts Schreckliches kann mir hier wieder fahren Da sind noch mehr Brücken Aber was ist hier passiert dass alles so runter gekommen und gleichzeitig hochtechnologisiert ist Ja gut das ist jetzt eher so Dark Fantasy Mittelalter Aber wir sind ja im Intro durch irgendwelche Räume gelaufen mit Kabeln und What the fuck Why you do this to me Toll Hätte schneller schlagen müssen Oder Sharp Molare Was ist das denn Can't open inventory right now Warum Oh wir haben die Rüstung von denen bekommen Das ist natürlich nice Ja klar ziehen wir die an Heavy Armor Baby Geil Ach look at me Ich hab endlich nen Helm Sweet Ich komm nicht aus dem Inventar aus Das kann wahrscheinlich quasi nicht mehr rollen War ich jetzt eigentlich voller HP oder ist das halb leer Das war halb leer Oh ok Was mehr war hier nicht Nur der Metal Scrap Also der Metallschrott Ah ne hier gehts leider Hier gehts leider Leiter ok Das ist Ganz schön viel Weg den ich jetzt abgehe Aber ich hab nicht erwartet dass hier so viel weiter geht Ich dachte ehrlich gesagt Ja wir gehen da kurz runter sammeln ein Item ein Und dann gehen wir wieder hoch Was ist denn mit dem Spiel und den Leitern Gut ok Dann können wir ja ein bisschen Eistee schlürfen Muss jetzt gegen das fliegende Ding gleich kämpfen Weil das wäre vielleicht schon eine Nummer zu groß für uns Vor allem weil es irgendwie drei Stück sind oder so Oh ja der erste Bossfight ist ein Multi-Bossfight gegen drei Bosse Geil 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 das wäre awesome Und ein Grund zu quitten Da war Dark Souls 1 schon sehr kritisch mit seinen Gargoyles Ein bisschen too much Was ist das Ist das eine Mutierte Ampel Ha Oh Soll ich mich bereit Au Soll ich vielleicht auch den Block halten Aber ich will halt immer parieren Weil es geht eigentlich schon ums Parieren Mutierte Zunge Spiel ist vor allem ein bisschen extrem dunkel Sollten wir das vielleicht mal ein bisschen heller machen Wir machen das mal ein bisschen heller Video and Graphics Gamma Sharpening Sharpening? So Save and Apply Yes Vielleicht sieht man dann auch mal was Ah guck mal Das ist eine Treppe Hallo Jesus Hör doch mal auf man Uh Ah noch einer Gut Wir kommen ja ganz gut durch eigentlich Da verbrennt jemand Stühle Das sind nicht mal Leichen Das ist halt einfach nur Stühle die jemand verbrennt Da ist jemand also sehr radikal Das gute Schreinerwaren Zeug Kannst du doch nicht machen Vielleicht teleportiert sich wieder jemand in meine Fresse Da hinten ist einer Was ist denn wenn ich mich anschleiche? Man kann sich nämlich hier so mit X zum Gehen einstellen Ich kann nicht dann die Leute backsteppen Wenn ich mich anschleiche Da ist noch ein zweiter Tja Jupp Wieso kann denn jeder von denen teleportieren? Hm Geht's down Was ist noch einer? Oh Gott Hm Alles interrupted mich auch Er lebt noch What you mean Er lebt noch Tues Tues Er verfehlt Lass mal nochmal potten Oh mein Gott Ich war gerade auf den Schatten Fokussiert der über uns drüber War ich dachte schon Da kommt jetzt ein Boss Vom Himmel geflogen Und will uns umbringen Ein verdorbener Oder ein befleckter Sludge Ich glaube Sludge sind Schnecken So nacktschnecken Hm Was hat der Treppe? Bin ich am Firelink-Shrine? Meine Herren Ich wäre ihnen Sehr verbunden Wenn sie nicht in mich rein Teleportieren würden Okay Runtergekommener Helm Aber sonst ist hier nix Nur der Tod Wenn ich da runterfalle Und das würde ich gerne vermeiden Kriegen wir eigentlich XP? Wir kriegen gar keine XP Ne Aber es gibt Level Oder sowas in der Richtung Weil Man hat zumindest Attribute Und es gibt Perks Und Augments Und Abilities Und Primary Actives Und Secondary Actives Also es gibt sehr viel zu tun Aber wir haben noch nichts Vielleicht hätte ich mal dem Plot folgen sollen Hm Oh mein Gott Ist das ein Schnellreisepunkt? Oh mein Gott Hm Okay dann gehen wir wieder zurück Zum Monastery Lower Da wo wir am Anfang waren Schätze ich jetzt mal Jo Dann folgen wir jetzt tatsächlich Einfach mal dem regulären Weg Das ist eine richtig Verdammt gute Idee Ich muss nur Okay ich dachte da wäre ein Loch Ich dachte da wäre ein Loch Alter Okay da habe ich ja wenigstens mal gut weggekommen Boot Ist so ein bisschen ein Timing Puzzle Jedes Mal wieder Da geht es auch lang Das habe ich vorhin auch nicht gesehen Jetzt gehe ich schon wieder einen anderen Weg Mann Was höre ich denn da? Hä? Was ist das für ein Geräusch? Ist er? Komm mal ran Okay Gut ich will jetzt aber nicht da runter Ich will jetzt mal tatsächlich Einfach da lang Wo wir lang sollen Stapf 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 So ist es wenn man einen Eimer trägt Stapf 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 Hier sind Scornartige Köpfe Sprinten mal weiter nach oben Die Waffen haben schön weit nach hinten gestreckt Damit man so wenig Reichweite wie möglich hat Huch hallo Ah du bist nicht von hier und du siehst auch nicht verseucht aus Ich schätze nicht dass du dich daran erinnerst was das für ein Stockwerk ist Du redest nicht viel oder? Ein stummer Freund Da wir jetzt Freunde sind würde ich vorschlagen du versuchst dem Schläger da vorne auszuweichen Oder ihn zu umgehen Ich würde dir ja mehr von mir erzählen aber ich fürchte ich kann mich an nicht viel erinnern Teil einer Aufklärungspatrouille Teil einer Aufklärungspatrouille Achso er war Teil einer Aufklärungspatrouille jetzt ok Und vielmehr erinnere ich mich nicht oh Gott Emperor vergib mir Manchmal schließe ich meine Augen und wenn ich meine Augen dann wieder öffne dann bin ich wo ganz anders Dass ich noch am Leben bin muss ein Wunder sein Hier, nimm das hier, das wird dir wahrscheinlich mehr helfen als mir Wie gut Ja danke Danke Kann ich dich schlagen? Nein Ok So exakt bis dahin habe ich vorhin gespielt Darum fliegt noch mehr Gedöns rum Hier sind jetzt wieder einfach nur Holzkarren Die Omnistruktur ist schon was merkwürdiges Der hat uns jetzt Heilfluid gegeben Noch mehr Heilflüssigkeit Kann ich da rein? Alter liegt, Alter Noch mehr Zeug zum Heilen Entbogen Der macht übel viel Damage Secondary Offhand Rusty Claymore Cool, cool, cool Ich sehe jetzt auch Equipped Ja, ich habe fünf Pfeile So, jetzt ist nur noch die Frage Wie wechselt man Waffen? Ich weiß es nicht Und da mir das Spiel das nicht sagt, muss ich nur nachsehen Locktage, next target ammo Next ammo, target shoot Modifier, parry, block, walk Sprint, switch weapons Mausrad, habe ich probiert Ach, klicken Bro Wer klickt denn aufs Mausrad Um Waffe zu wechseln? Warum nicht scrollen? Was ist das? Warum leuchtet das rot? Ist das Corruption? Oh shit Okay, der ist tot Tod Das ist gut Tod ist gut Wo leuchtet das denn so rot hier? Du kannst mich nicht ermorden Auch wenn du ein bisschen größer bist Tatsächlich Wenn du mir tatsächlich ein bisschen Angst machst Okay, ich kann im Kampf nicht das Inventar aufmachen Das ist schon mal gut Verwesendes Organ Mmh Lecker, lecker, lecker Ist ja irgendwas, was ich anschießen kann Irgendwen, den ich anschießen kann Hm Okay, sobald ich ihn anschießen wollen würde Wo ist denn? Teleportiert er sich weg Ist das ein alter Ein alter So ein Reling, dass man nicht runterfällt? So ein Geländer Heißt das Ding Hm Da unten ist dein Haus Ich kriege irgendwie so ein bisschen Von den Strukturen her So Near Replicant Vibes Wo du Wo du nicht genau weißt Bist du jetzt eigentlich In der Zukunft? Bist du in einem Fantasy Setting? Das ist extrem nice Die Welt ist riesengroß Und das ist ein riesengroßes Fass Bier Noch mehr rotes Licht Oh mein Gott Pariert Der war noch nicht mehr in der Angriffsanimation Uff Intestinal Parasite Was sind die Intestinste? Das Innereien? Ich glaube es sind die Innereien Ein Parasit, der sich in den Innereien befindet Was klebt denn da an der Wand? Mein Parry sitzt genau wie in jedem anderen Zoals Ich will da hoch Ich will in das Fassbier rein Hopp Wo komme ich da oben was finden? Wahrscheinlich nicht Aber vielleicht ja doch Oh nein 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 Da kann man nur rüber Aber das bringt mich glaube ich Auch nix Irgendwas muss ich gleich auf mich darauf teleportieren Ich spüre das Ich habe das in meinem Hodden In meinem Hodden Hello Hello Das ist ein langer Weg Hello Er hört gar nicht mal auf Komm ich trinke mal einen Schluck Jesus Kommt der um die Ecke geschissen Und schlägt mich Oh Das hat sich jetzt gelohnt Was kriege ich? Es ist ein Uh Eine Kapuze Cool Ziehen wir an Was ist das denn? Jetzt habe ich größer als Ach das ist so ein Gasmasken her Das sind die Kapuzen oder? This I like Nice Sieht aus wie ein Main Character Sieht aus wie der eine Character aus Mortal Shell Ich habe das Gefühl Ich bin viel schneller jetzt Weil ich nicht mehr komplett Heavy Armour trage Irgendwas knarzt hier Oder irgendwer Wow What is that? Technomancer Chestpiece Guck wie viel wachsend der ist Der hat zwei riesige Finger Ist das ein Daumen? Ne Er hat sechs Finger Er ist ja auch offensichtlich kein Mensch Ne Kann ich mit dir reden? Kann ich dir helfen? Warum ist der hier eingesperrt? Dem geht das auf jeden Fall nicht so gut Okay Wo ist das Leute? Hab ich gar nicht gesehen Muss ich die runterkicken? Ach das ist ein Shotguard Ach Mensch Gibt es ja nicht ey Okay Ehrlich gesagt Soll es das mal gewesen sein Ich finde das Spiel hat auf jeden Fall Potential Mein Fazit Sehr cooles Design Sehr geile Atmosphäre Jetzt habe ich nur zwei Probleme mit dem Game Erstens Die Steuerung ist Für den Arsch Also ich kann es nicht anders sagen Wer macht denn? Also ich verstehe auch den Gedankengang gar nicht dahinter Die wollten ein Souls-like machen Ja Ich meine Ganz klassisch Ist ganz klassische Souls-like Du hast HP Du hast Stamina Du hast Ausweichen Parieren Du hast Leichte Angriffe Schwere Angriffe Du hast sogar ein sehr sehr ähnliches Inventar Sieht halt ein bisschen anders aus Aber du hast hier zwei Waffenslots Und ein zweites Waffenslot-Set hier Ausrüstungsslots Accessoireslots Alles ganz klassisch Und dann baust du das komplette Die komplette Steuerung um Auf Maus und Tastatur Wer will das denn mit Maus und Tastatur spielen, Mann? Wer spielt denn Souls-like mit Maus und Tastatur? Weiß ich nicht Aber wenn du dazu gehörst Dann kann ich dir das Spiel wahrscheinlich empfehlen Es ist schon Es ist schon cool Aber ich Werde es nicht weiterspielen Also es wird kein Let's Play geben Das war die einzige Folge Die davon kommen wird Ich kann nicht immer alles mögen Was Souls-like ist Sorry Ist echt schade Weil ich hab mich sehr auf das Spiel gefreut Ich war Ehrlich gesagt sagt Da hab ich davon erfahren Seit eineinhalb Jahren weiß ich davon War ich hyped Weil ich auch gerne so Indie-Games unterstütze Von wenigen Leuten Aber Damit hab ich es getan Mit dieser Folge Ich wünsche euch einen schönen Abend Wir sehen uns im nächsten Let's Play Jetzt muss ich nur mal überlegen Was ich dazu noch mache Und dann würde ich sagen Wir sehen uns Ciao Ciao Tschü nearer Ciao Ciao Vielen Dank.